In der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, platzt die Wut aus Carlos heraus. Nach der Trennung von Alicia, Josephine Bressel, ist Carlos, Patrick Fernandes, Leben ein einziger Scherbenhaufen. In der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, hat er alles verloren. Den Job, die Reputation, seine Freunde und eine Wohnung hat er auch nicht mehr. Nur eines ist Carlos geblieben, seine Wut. Und diese kennt nur ein Ziel. Katrin Flemming, Ulrike Frank. GZSZ. Der tiefe Fall des Carlos Lopez. Im vergangenen Jahr waren Carlos und Nina, Maria Wedig, kurz davor, sich mit ihrer eigenen Immobilienfirma, Nina Constructions, selbstständig zu machen. GZSZ. Carlos betrog Nina. Allerdings wurde daraus letztendlich nichts. Carlos betrog Nina auf der Toilette des Mauerwerks. Während sie sich vor ihrer Abreise nach Argentinien mit Katrin versöhnte, wurde die Feindschaft zu Katrin immer intensiver. Schon damals war es auch zu Spannungen mit Tobias, Jan Kittmann, gekommen, als Carlos ihm bei WL eine blutige Nase schlug. GZSZ. Carlos half Rosa Lehmann. Carlos sann auf Rache. Als er zufällig von der Feindschaft zwischen Rosa Lehmann, Joanna Schümer, und Katrin erfuhr, bot er der Bankerin an, ihr dabei zu helfen, WL an sich zu reißen. Carlos legte ein Feuer auf der WL-Baustelle an der alten Post und erpresste Katrin. Hätte sie ihre Firma nicht weit unter Wert verkauft, hätte er Tobias wegen Insolvenzverschleppung ins Gefängnis wandern lassen. GZSZ. Katrin wollte Carlos wegen Totschlags drankriegen. Die Gelegenheit zum Gegenschlag bot sich, als Carlos, Komplize Agim Sula, tot auf dem Kollekiz aufgefunden wurde. Katrin vernichtete Aufnahmen einer Überwachungskamera, die bewiesen, dass ihr Erzfeind nicht für den Tod Sulas verantwortlich ist. Katrin und Tobias platzierten gefälschte Beweise in Carlos, Hotelzimmer, der daraufhin festgenommen wurde. Im April stand er wegen Totschlags vor Gericht. Während Katrin fest entschlossen war, ihren Plan durchzuziehen, knickte Tobias vor der Richterin ein und verschaffte Carlos ein Alibi. GZSZ. Carlos, existenzielle Sorgen. Während die Beziehung zwischen Katrin und Tobias am Verrat im Gerichtssaal zerbrach, sah Carlos einer rosigen Zukunft mit Alicia entgegen. Allerdings wollte Rosa ihn nicht mehr in den WL-Chefsessel zurücklasse und speiste ihn mit 40.000 Euro ab, die schnell verbraucht waren, weshalb er aus seinem Hotelzimmer flog. Auf dem Arbeitsmarkt gilt Carlos seit dem Prozess als verbrannt. Während er sein Hab und Gut verkaufte und sich in Berlin als Fahrer durchschlug, gaukelte Alicia vor, für eine große Baufirma zu arbeiten, und zog unter einem Vorwand in die WG zu Lilly, Iris Marei-Kestin, Toni, Olivia Marei und Moritz, Lennart Borchert, ein. GZSZ. Paul erwischte Carlos bei Evelin. Carlos, Lügengerüst, brach zusammen, als Paul, Niklas Osterloh, ihn mit offenem Hemd bei Evelin Steinburg, Sarah Rebecca Gerstner, erwischte. Er konnte Alicia nicht davon überzeugen, sie nicht betrogen zu haben. Sie trennte sich postwendend von ihm. GZSZ. Carlos will sich blutig an Katrin rächen. Wie wir aus der offiziellen GZSZ-Vorschau erfahren, will sich Carlos an Katrin rächen. Blind vor Wut steht er kurz davor, den größten Fehler seines Lebens zu begehen.